Sprechen wir über das schwierige Thema Leute entlassen. Wie macht man das? Welche Fehler sollte man vermeiden? Auf welche Dinge sollte man ganz besonders schauen? Leute, herzlich willkommen. Es ist Tag 84 unserer 90-Tage-Challenge, einen wunderschönen Dienstag. Es geht heute, wie letzte Woche ja schon angekündigt, um das gegenteilige Thema von letzter Woche. Letzte Woche ging es um das Leute einstellen. Diese Woche um ein sehr schweres Thema, nämlich Leute entlassen. Es ist schwer, es ist aber mindestens genauso wichtig, denn natürlich ist es das Beste, wenn du richtig gut Leute einstellen kannst. Man muss aber ehrlich sein, es ist nicht immer möglich, dass du die besten oder die richtigsten Leute einstellst. Ganz im Gegenteil, du musst sehr oft Leute entlassen. Einerseits aus Performancegründen, andererseits aus Kostengründen, manchmal einfach aus Restrukturierung, weil etwas nicht mehr benötigt wird. Und das ist ganz normal in einem Zyklus. Ich finde, es ist auch eine der wichtigsten Fragen, die du einem Team-Lead stellen solltest. Nicht nur, ob er schon mal in seinem Leben Leute eingestellt hat, sondern auch, ob er Leute entlassen hat. Das kannst du relativ gut auch machen, indem du zum Beispiel die Frage stellst, was war die schwierigste Entlassung? Da siehst du, wie krass war diese Entlassung? War die eigentlich relativ schwierig oder war das eigentlich nicht ganz so schwierig? Eines der wichtigsten Themen. Wenn ich so ein bisschen auf meine ganze Karriere so ein bisschen zurückschaue, ich finde Entlassungen immer sehr, sehr schwer. Ich habe das nie einfach gefunden, selbst bei den Entlassungen, wo es eigentlich ganz offensichtlich war. Und der Grund ist, weil ich dann am Ende immer da sitze und ganz klar erkenne, dass es nicht einfach nur um einen Job geht oder um eine Rolle geht, sondern dass es immer um einen Menschen geht. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Medizin. Es gibt ganz viele Ärzte, die immer von einer Leber reden oder von einer Lunge reden oder von einem Tumor reden. Aber am Ende ist es ein Mensch und das denke ich bei diesen Entlassungen genau gleich. Und das macht es halt so unfassbar schwer. Diese Menschen, die haben eine Familie, die haben Ängste, die haben Träume, die haben Ziele. Und plötzlich wird es sozusagen alles ein bisschen aus der Bahn geworfen. So, es gibt natürlich diese Entlassungen, die einerseits sehr, sehr überraschend für die Menschen kommen, weil es halt von heute auf morgen passiert. Ich habe das natürlich auch oft gehabt. Wir hatten es zum Beispiel letzten November, wo wir dann hergegangen sind und knapp 30 Leute entlassen mussten aus Kostengründen. Und das war wirklich von einem Moment auf den anderen. Wir haben das damals in einer Videonachricht gemacht, beziehungsweise in einem Live-Tune-Call und danach bei E-Mail. Da haben wir danach ein bisschen Kritik dafür bekommen, dass man das besser hätte machen können. Ich sage es dir ganz ehrlich, die meisten Leute, die da kritisiert haben, haben absolut keine Ahnung, haben das noch nie selbst gemacht. Und dann ist es natürlich immer sehr, sehr leicht, irgendwie zu kritisieren. Aber man sollte selten etwas kritisieren, indem man nicht irgendwie selber involviert war oder dass man nicht selbst schon fünf, sechs, sieben Mal irgendwie gemacht hat. Und rückblickend glaube ich, dass wir das doch relativ korrekt gemacht haben. Und ja, das macht es aber trotzdem deshalb nicht einfacher. Ich hatte natürlich auch schon viele Entlassungen in meinem Leben, wo es mit solchen 1-in-1-Entlassungen gegangen sind. Ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich bin auch selbst entlassen worden in meiner vergangenen Firma. War natürlich auch nicht sehr einfach. Damals war das ein ziemlicher Ambush. Reines Meeting. Julian, du bist raus. Bam. Schmeißt einen richtig vom Schul. Aber auf der anderen Seite etwas, was zum Beispiel da auch richtig meiner Ansicht nach gemacht wurde. Und das ist auch etwas, das ich immer versuche zu machen. Ich starte mit dem Thema immer gleich rein. Wenn ich jetzt mit jemandem weiß, ich habe so ein 1-in-1-Meeting und es kommt zu einer Entlassung, dann ist es immer gleich das Erste, was ich in einem Meeting sage. Ich sage der Meisten, das wird jetzt kein einfaches Meeting. Es geht darum, dass ich dich heute entlasse und ich möchte mit dir darüber reden, warum, wie es weitergeht und welche Schritte da als nächstes kommen. Und ich nehme es immer gleich vor, weil ich einfach nicht will, dass dieses Suspense da ist. Dass die Leute da sitzen und sagen, was geht es jetzt und was geht es jetzt und was geht es jetzt. Sondern, dass es halt immer klipp und klar da ist. Ob du die Personalabteilung im Meeting hast oder Legal im Meeting hast oder wenn du zum Beispiel eine weibliche Person entlassen musst und du bist ein Mann, ob du eine andere Frau im Meeting hast. Das sind alles Sachen, die überlasse ich dir. Das ist alles ein bisschen individuell. Grundsätzlich kann ich dir empfehlen, dass bei Entlassungen ich dir immer eher empfehle, dass du eher vorsichtiger bist, also irgendwie zu aggressiv. Also, dass du da lieber die Personalabteilung dabei hast oder eine Frau dabei hast, wenn du eine Frau entlassst und so weiter. Weil man will, das Letzte, was man da irgendwie will, ist es, dass es dann da zu irgendwelchen Problemen kommt. Klopf, klopf. Das hatte ich Gott sei Dank noch nie. Aber ich bin auch da wahrscheinlich eher auf der vorsichtigeren Seite. Also ich schaue, dass ich da dann immer jemanden sonst dabei habe. Ansonsten direkt rein und eins natürlich der wichtigsten Dinge, Empathie zeigen. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass es für dich schwer ist als jemand, der entlasst. Aber es ist natürlich viel schwieriger für die Person, die entlassen wird. Es ist natürlich was anderes, wenn du zum Beispiel aus Kostengründen oder aus einer Restrukturierung eine ganze Abteilung entlässt oder eine ganze Anzahl der Leute entlässt. Das macht es natürlich noch 50 Mal schwieriger, weil da man natürlich nicht oft diesen persönlichen Kontakt hat und ja, oft da natürlich dann auch ein bisschen Missverständnis auch. Teilweise ist ein bisschen Frustration da, weil vielleicht Personen entlassen werden, die eigentlich voll reingehackert haben, richtig gut waren und dann es auch nicht ganz so wirklich verstehen. Wenn ich jetzt bei uns so ein bisschen auf die Firma schaue, für uns war ja ganz wichtig, in diesen 90 Tagen weg von dem zu kommen, was irgendwie Anfang der 90 Tage eigentlich so gewesen wäre. Man müsste eigentlich die Firma zusperren. Es ist der ganze Ruf geschädigt. Alle Kunden sind weg. Man hat überhaupt kein funktionierendes Businessmodell mehr. Und da muss ich ehrlich sagen, durch diese ganze harte Arbeit, die da jetzt reingeflossen ist, jetzt ein bisschen knapp 83, 84 Tage, aber in den 90 Tagen haben wir zumindest eine wirklich gute All-in-One-Kryptoplattform. Wir haben eine On-Ramp, wir haben Produkte, wir haben Tauschen, wir bekommen eine Off-Ramp nächstes Monat und so weiter. Also man muss sagen, okay, wir haben zwar nicht das Ziel geschafft, dass wir jetzt irgendwie die fetten Resultate wieder haben, zurückkommen vor der Winding-Up. Da war einfach diese Winding-Up-Application so schädlich für uns und die war auch falsch meiner Ansicht nach, aber gut, das ist jetzt eben der Schaden, den wir da vortragen. Das haben wir leider nicht geschafft. Aber ich glaube, da spielt auch der Markt ein bisschen rein, aber zumindest ist es so, dass wir sagen, okay, wir können nach vorne blicken. Und jetzt ist halt eines der wichtigen Punkte, wir müssen Kosten reduzieren, denn nur so haben wir ein langfristiges, nachhaltiges Business. Und das ist natürlich für dich als Kunde, das ist für die Community wichtig, weil es bringt uns nichts, wenn wir so weiterlaufen und dann in fünf Monaten sagen, wir müssen jetzt zusperren, weil wir haben kein Geld mehr. Und so müssen wir halt jetzt auf einen Kostenpunkt kommen, den wir wirklich langfristig und nachhaltig führen. Und das ist auch etwas, was ich letzte Woche am Freitag im All-Hands dem Team gesagt habe. Das war natürlich eine sehr, sehr, sehr schwierige Konversation. Ich muss dazu sagen, die meisten Leute wussten, dass es auf sie zukommt, dass wir das Team ein bisschen reduzieren müssen. Wir müssen diese Kosten mit den Einnahmen übereinbringen, damit wir eben langfristig und nachhaltig einfach agieren können. Und jetzt ist es so, dass wir in diesen letzten 10, 14 Tagen mit den Leuten reden, schauen, wie es weitergeht, damit wir denen auch helfen können, die fairen Kompensationen ausmachen können und dann eben die Kosten ein bisschen runterbringen, damit wir uns schön auf die Zukunft fokussieren und orientieren. Das ist natürlich für dich auch als Grunde wichtig, dass du einfach weißt, dass das Ganze langfristig und nachhaltig weitergeht. Wichtig wird sein, wir werden natürlich Produkte, Coins, Services, alles, was sie anbieten, natürlich immer wieder anschauen. Das hat ja genauso schon zum Beispiel das Bridging getroffen. Zurzeit ist jetzt nicht wirklich viel geplant, dass wir jetzt da irgendwie was runterfahren oder so, aber ich werde das morgen auch nochmal ein bisschen besprechen. Wir werden auch ein bisschen über Marketing, Kommunikation nach vorne gehen, übermorgen ein bisschen besprechen, was dich so ein bisschen erwartet, wie das Business natürlich weitergeht, wie es bei mir persönlich weitergeht. Ich habe das eh schon ein paar Mal angedeutet. Bei mir wird nach den 90 Tagen kommt auch einfach mal ein bisschen Urlaub. Ich habe schon lange nicht irgendwie mal abschalten können. Und das, also fast ein Jahr dann ehrlicherweise, weil das Ganze hat ja Ende letzten September gestartet. Also es sind dann praktisch elf Monate und wahrscheinlich bis dann wirklich alles ein bisschen abgeschlossen ist, wird es wahrscheinlich so ein Jahr sein. Und ja, dann doch ein Jahr immer unter Strom und dann mal ein bisschen Pause, ein bisschen Auszeit und dann wieder mit voller Melan weiter. Falls du da nichts verpassen willst aus dem Ganzen, dann Glöckchen klicken, Abo-Button klicken. Falls du Fragen, Vorschläge, Themen hast zu dem Thema Leute entlassen, dann lass mich das unten natürlich auch in den Kommentaren wissen. Und sonst freue ich mich, wenn wir uns morgen Mittwoch wiedersehen. Mit dem Leute, mach's gut, dein Julian. Tschüss.